Sollten Sie fluoridhaltige oder fluoridfreie Zahnpasta benutzen? Das ist eine durchaus heiß diskutierte Frage, die die Gemüter erhitzt und die Menschen in zwei Lager spaltet. Einerseits sind die Befürworter, zu denen natürlich in der Regel Zahnärzte und auch die Wissenschaft gehören. Die Wissenschaft hat zweifelsfrei nachgewiesen, dass in den letzten Jahrzehnten der Caris-Rückgang zu großen Teilen auf das Konto der Fluoridierung geht, beziehungsweise ging und dann gibt es die Gegner, die sagen, Fluorid ist ein Industrieabfall oder ist ein Umweltgift und macht einfach schädliche Nebenwirkungen im Körper. Sondern ich möchte mich heute gar nicht auf die eine oder andere Seite schlagen, sondern heute einfach mal Ihnen ein paar wirklich spannende Fakten präsentieren. Also bleiben Sie bitte dran, ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal ein bisschen was zu rechnen, um Ihnen da vielleicht mal ein Gefühl dafür zu geben, wie groß ist denn die Bedrohung eigentlich? Und ob ein Stoff giftig ist oder nicht, hängt natürlich immer vor allen Dingen von der Dosierung ab. Sie kennen vielleicht von Paracelsus den Ausspruch, Dosis Fazit Venenum, also die Dosis macht das Gift. Und denken Sie mal an die Homöopathie, da werden ja sozusagen tatsächlich Gifte genommen, hoch verdünnt, keine Ahnung in welchen Faktoren, 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 7 oder so, einfach stark verdünnt und werden dann als Heilmittel verabreicht. Also wenn die Dosierung keinen Einfluss hätte, dann wären ja alle homöopathischen Mittel tatsächlich auch giftig für den Menschen. Also die Dosierung spielt immer eine Rolle. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das mal ausrechnen. Wie mir selber war eigentlich noch nie so richtig klar, wie viel Fluorid tatsächlich in der Zahncreme drin war. Natürlich, man lernt das irgendwie theoretisch im Studium, wie viel da drin ist, aber interessant ist ja, wenn man es mal vergleicht mit anderen Nahrungsmitteln, wo ja vielleicht auch natürlicherweise Fluorid drin kommt, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie viel ist das eigentlich? Ist das wirklich viel, viel mehr als das, was wir normalerweise natürlich zu uns nehmen? Oder ist es vielleicht vergleichbar oder ist es sogar vielleicht auch zu vernachlässigen? So, und dann können Sie am Ende Ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Dieses Video ist sicherlich nicht für Menschen gedacht, die sowieso kein Problem mit Fluorid haben und sagen, ich benutze das Fluorid sowieso, ist mir völlig egal, was die anderen sagen. Es ist auch nicht für die Fluorid-Gegner gedacht. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen einer Ideologie anhängen und ich sage mal etwas glauben wollen, dann kann man sie auch mit den besten Argumenten nicht überzeugen. Und wenn Sie jetzt ein Fluorid-Gegner sind und dieses Video schauen, dann wird es wohl oder übel dazu kommen, dass es in Ihrem Gehirn irgendwie zu einem Knoten kommt, weil das Gehirn wehrt sich tatsächlich gegen Fakten, die der eigenen Überzeugung widersprechen. Ja, also so oder so wird es anstrengend für Sie. Wenn Sie Lust haben, bleiben Sie trotzdem dran. Aber wenn Sie nicht riskieren wollen, dass Ihre Glaubensätze erschüttert werden, dann schalten Sie am besten jetzt ab. Dieses Video ist tatsächlich eher gemacht für Menschen, die sich nicht sicher sind, die vielleicht bisher Fluorid-haltige Zahnpasta ganz normal benutzt haben, die vielleicht im Internet oder wo auch immer auf diese, ja, ich sage mal, gegenteiligen Aussagen gestoßen sind und einfach verunsichert sind, ob Sie jetzt Fluorid weiter benutzen sollen oder nicht. Für die habe ich dieses Video gemacht und dann steigen wir mal ein. Und ja, am Anfang fangen wir einfach mal an mit der Dosierung an Fluorid, die in der Zahnpasta tatsächlich drin ist. So, und ich habe für Sie mal sozusagen die Matheaufgaben gemacht. Ich möchte Ihnen das einfach mal zeigen. Also, was sollten Sie benutzen? Zunächst mal, wenn Sie Ihre Zähne putzen, Sie sollten eine erbsgroße Menge Zahnpasta benutzen. Ja, also es gibt, vielleicht aus der Werbung haben Sie noch so ein Bild im Kopf, wo die Zahnbürste von vorne bis hinten mit einer riesen Schlange an Zahnpasta vollgemacht wird. Das machen Sie bitte nicht, das wird nicht mehr empfohlen. Ja, sondern es wird eine erbsgroße Menge Zahnpasta offiziell empfohlen. Bei Kindern tatsächlich noch viel weniger. Und zwar eine Reiskorngroße Menge Zahnpasta. Das ist natürlich gar nicht so schwierig, das ist natürlich gar nicht so einfach, das irgendwie abzumessen. Also Reiskorngroße ist ja nun wirklich nicht groß. Und so eine erbsgroße Menge Zahnpasta, ich habe mal angenommen, hat einen Durchmesser von etwa 0,5 Zentimeter. Ja, also eine Erbse, keine Ahnung, aber ich denke mal so ein halber Zentimeter Durchmesser ist durchaus realistisch. Und jetzt versuchen wir mal irgendwie rauszukriegen, wie viel das Ding wiegt. Da müssen wir erstmal das Volumen ausrechnen. Das Volumen rechnen wir mit dieser Formel aus. Ja, vier Drittel PR Kubik. Ich habe es tatsächlich mal nachschlagen müssen, die Schule ist schon ein bisschen her. Und Sie müssen, wenn Sie das jetzt nachrechnen wollen, im Taschenrechner natürlich bedenken, dass die 0,5 Zentimeter der Durchmesser sind. Sie müssen das also erstmal durch zwei teilen. Und wenn Sie dann 0,25 in diese Formel einsetzen, dann kommen Sie ungefähr auf ein Volumen von 0,065 Kubikzentimeter oder 0,065 Milliliter, wie Sie wollen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen oder einfach mal ganz runden, sage ich mal, dass Zahnpasta vielleicht eine Dichte hat, die ungefähr der von Wasser entspricht. Ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr, aber ich denke, es ist zu vernachlässigen. Dann können wir das jetzt mal auch in Gewicht umrechnen. Dann kommen wir auf 0,065 Gramm. Was so eine Portion Zahnpasta wiegt, die Sie jetzt beim Zähneputzen in den Mund nehmen. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Fluorid ist denn jetzt da drin in 0,065 Gramm Zahnpasta? So, dazu müssen wir wissen, wie hoch der Anteil an Fluorid in der Zahnpasta ist. Und das steht auf jeder Tube drauf, da können Sie mal drauf gucken. Bei Kinderzahnpasta ist das irgendwo bei 500 ppm und bei Erwachsenenzahnpasta irgendwo zwischen 1000 und 1500 ppm, wobei ppm Pass per Million heißt. Also Teile einer Million und 1000 von einer Million ist ein Tausendstel. Also wir haben in der Zahnpasta ungefähr ein Tausendstel bis anderthalb Tausendstel Fluorid als Anteil drin. So, und wenn wir jetzt also mit einem bis anderthalb Tausendstel das mal rechnen mit unserem Gewicht, was wir hatten, die 0,065 Gramm, dann kommen wir auf 0,065 bis 0,1 Milligramm Fluorid pro Portion Zahnpasta. So, und dann habe ich mir die Frage gestellt, womit vergleiche ich das denn jetzt? So, und da fiel mir noch eine Story ein, die vor einigen Jahren durch die Presse ging. Und zwar hat sich eine Patientin, also eine Frau in England vergiftet mit großen Mengen schwarzem Tee. Die hat also am Tag irgendwas um die 10 Liter schwarzen Tee getrunken und da insgesamt irgendwie 150 Teebeutel quasi konsumiert. Und die kriegte dann halt brüchige Knochen, so Glasknochen und wurde halt sehr krank davon. Und dann war die interessante Schlussfolgerung der Journalisten nicht etwa, dass man aufpassen sollte, wie viel schwarzen Tee man trinkt, sondern die Schlussfolgerung der Journalisten war, wenn diese eine Frau in England sich mit schwarzem Tee vergiftet hat, dann darf man seine Zähne nicht mehr mit fluoridhaltiger Zahnpasta putzen. Damals habe ich gedacht, ja, interessante Schlussfolgerung. Ich meine, die ist jetzt nicht belegt worden mit irgendwelchen Fakten oder mit irgendwelchen Rechnungen. Die haben also offensichtlich die Rechnung nicht gemacht. Aber ich habe jetzt mal die Rechnung aufgemacht. Und dann schauen wir doch mal, wie viel Fluorid ist denn in schwarzem oder grünem Tee drin? So, und dann habe ich mal ChatGPT gefragt. Und Sie können auch bei Google nachgucken. Da gibt es verschiedene Zahlen, aber ChatGPT hat mir gesagt, zwischen 1 und 5 Milligramm pro Liter. Also zwischen 1 und 5 Milligramm Fluorid pro Liter Tee. So, wenn wir das jetzt mal auf eine Tasse umrechnen, man trinkt ja vielleicht nicht immer gleich einen Liter, sondern muss eine Tasse. Eine Tasse hat vielleicht 150 Milliliter. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf ungefähr 0,15 bis 0,75 Milligramm Fluorid pro Tasse Tee. So, und das bedeutet, dass Sie im schlechtesten Fall, wenn Sie eine Tasse schwarzen oder grünen Tee trinken, 10 Mal so viel Fluorid zu sich nehmen, wie wenn Sie eine Portion Zahnpasta in den Mund nehmen. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass Sie die Zahnpasta hoffentlich nicht runterschlucken, sondern wieder ausspucken. So, und dann ist natürlich die Frage, nehmen Sie überhaupt Fluorid zu sich, wenn Sie fluoridteilige Zahnpasta benutzen? Und jetzt sagen die Fluoridgegner, naja, es wird ja durch die Schleimhaut resorbiert. Okay, aber sicherlich nicht 100 Prozent des Fluorids. Also es wird ja sicherlich ein großer Teil wieder ausgespuckt. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass vielleicht im schlimmsten Fall 10 Prozent des Fluorids durch die Schleimhaut resorbiert werden, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass so viel ist. Aber angenommen, es wäre so viel, dann bedeutet das ja, dass Sie mit einer Tasse Tee im schlechtesten Fall sogar 100 Mal so viel Fluorid schlucken oder ich sag mal in Ihren Körper gelangt, wie wenn Sie Zähneputzen mit ganz normaler Zahncreme. So, und jetzt ist die Frage, welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus? Also für mich ergeben sich drei Schlussfolgerungen. Nummer eins, wenn Sie keine Angst davor haben, alle 10 bis 100 Tage mal eine Tasse schwarzen oder grünen Tee zu trinken und sich mit dem daran enthaltenen Fluorid zu vergiften, dann müssen Sie auch keine Angst vor fluoridhaltiger Zahnpasta haben. Schlussfolgerung Nummer zwei, wenn Sie Teetrinker sind und Sie trinken sowieso vielleicht jeden Tag eine Tasse schwarzen oder grünen Tee, dann brauchen Sie auch keine fluoridhaltige Zahnpasta, dann können Sie sich das Fluorid in der Zahnpasta sparen, weil Sie ja ohnehin eine viel höhere Menge Fluorid schon zu sich nehmen, als in der Zahnpasta drin wäre. Und Schlussfolgerung Nummer drei, alle die Menschen, die jetzt irgendwie verunsichert waren oder sind, durch die Argumente der Fluoridgegner können ganz entspannt und beruhigt weiter ihre fluoridhaltige Zahnpasta benutzen. Würde ich tatsächlich auch dringend empfehlen, zumindest solange wie Sie ein Risiko für Karies haben. Solange Sie sich, ich sag mal, kohlenhydrathaltig oder kohlenhydratlastig ernähren, ist das Risiko sicherlich nicht zu vernachlässigen. Und ich sehe jeden Tag ziemlich fiese Karies bei uns in der Praxis und je älter die Menschen werden, umso schwieriger wird es, die zu behandeln, weil die dann irgendwann in dem Bereich der Zahnwurzeln abdriftet, wo dann fast gar keine Therapie mehr möglich ist. Viele Zähne gehen dann durch Wurzelkaries bei alten Menschen verloren. Und wenn das aufgrund solcher Gerüchte passiert und Sie deswegen damit aufhören, fluoridhaltige Zahnpasta zu benutzen, dann kann es eben sein, dass Sie dafür einen sehr hohen Preis bezahlen müssen. Und Sie müssen selber wissen, ob Sie bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. So, dann hauen Sie in die Tasten, kommentieren Sie, was das Zeug hält. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ihr Dr. René Dittmann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video.